Ho Leute, wie geht's gesteckt? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und hoi wir machen wieder bei Edit Parcours und ihr wisst ja, ich spiele seit neuestem auf Mouth und Keyboard und ja mal sehen, wie wir so editen schon können. Ich bin schon relativ gut im Editen und ja denn bis gleich die Zeit läuft ja auch schon ab und dann legen wir auch direkt schon mal los Okay Zack Zack, 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 zack Zack, zack, warte Zack, zack, zack Zack, zack Zack, zack Zack Schon mal das erste Zack Zack Zack, 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 zack Zack, zack, zack Zack, zack, zack Zack, zack. So, dann haben wir schon mal das erste geschafft. Zack, zack. 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 Okay, ich höre lieber damit auf. Jetzt haben wir die Pampen und wir müssen das hier machen. Zack, zack. Zack, zack. So, leider. So, ich tack. Nein, nein, nein. Oh, leider. H, K, L, M, N, R, P. H, I, J, K, L, M, N, R, P. Oh, leider. H, I, J, K, L, M, N, R, P. Ah, bin ich bescheuert, Alter? Zack, 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 zack. Nein. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ah, Alter. Ja. Nein! Ja. Herr, wollen Sie mich verarschen? Nummer 8 Wollang? Hä? Oha, Leute, habt ihr das gesehen? Ne, wir machen nach oben, Leute. So, Nummer 9 So Oh 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Genau 10 Minuten. Also habe ich, ja, 9 Minuten gebraucht. Und dann habe ich, ja, 10 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 Minuten gebraucht. Nein. Hallo? 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 Patrick? Hallo, ja. Hi. Hast du jetzt schon eine Verwolltas? Was? Hast du jetzt schon eine Verwolltas? Weißt du, wie ich meine? Nee. Warte, ich bin gleich fertig. Oder ich komme gleich raus. Warte. Soll ich denn mal ein Handy-Spiel sagen? Welches? Sag mir mal A, M, O, N, G, U, S. Ach, das kenne ich, das Abnummer-Scheiße. Ist das nicht scheiße, das Geil? Nee. Ich kenne das. Was wollen wir spielen? Ja, du. Du? Okay. Oder hast du Bock, in Kampfler-Boss-Guy-Base zu bauen? Oder Fische angeln. Nee, das ist langweilig. Hä, vielleicht fangen wir ja den Midas. Isst wie Mütze auf Omelette. Weil der Midas-Fisch ist besser geworden, also der ist nicht mehr so selten. Der ist schon selten, aber den fängt man jetzt öfter. Deswegen. Mütze auf Omelette. Wollen wir? Lass mal. Wollen wir machen? Nee. Ja, okay. Lass einfach du spielen. Nee, denn Sky-Base. Okay. Da bin ich dabei. Hä, warum geht das nicht? Achso. Ob man ein Führer bist. Aber ohne Auffüllen, oder? Ja, ohne. Dann sollen wir ein Da- und Runtergeschossen. Heute Abend ist ein Fortnite-Live. Wo? Auf YouTube von Fortnite. Wirklich? Wirklich? Bestimmt Funny-Feld und so, ne? Funny-Feld. Funny-Found. Kindepot. Kindepot. Eeeh, schon wurde Das ist wieder Schwergewicht angemacht. Hä, das war schon. Ich komme jetzt ein Auto zu dir. Was? Wo wollen wir die Base bauen? Lars, aber noch nicht hier. Von Misty. Von zwei Bergen aus die Base bauen. Da wo ich gerade bin, von dir zu mir rüber. Weißt du was ich meine? Ja. Also ich baue jetzt so von hier in den Boden rüber. Ja. Da wo ich gerade bin. Oder meinst du das ist scheiße? Ja. Ich bitte das schon mal. Aber das ist das scheiße. Entschuldigung. Und dieses ist ja so. Das ist ja so. Was ist das? Ich hab gerade Scheiße gebaut. Lass Auto Skyback machen. Okay. Ich hab die Neumannsatz. Komm mal mein Lehmann. Was hast du gemacht schon wieder? Das macht für so wenig Leben. Was hast du gemacht? Das wird so wenig Leben in der Karte. Ich habe die Neumannsatz. Ich hab die Neumannsatz. Was hat das? Ich bin der Karte. Ich hab die Neumannsatz. Ich hab die Neumannsatz. Ich hab die Neumannsatz. Scheiße! Du bist tot, was? Ey, weh, du klausst mir die Superkraft. Mach das. Du bist tot, was? Ich mach die ganze DAX Industrie kaputt mit Lambo. Hey. 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 Hey.